PEGI 18 Also, worum geht es hier? Wer sind diese Typen? Er heißt Sanders. Er wusste genau, wie er in unsere Fabrik reinkommt. Lügen Sie mich nicht an! Ich bin drin. Ich will Ihnen nichts tun. Die Einsatzregeln sollten Sie selbst bestimmen. Ich bin drin. Das fragen Sie. Ein Luftschacht auf dem Dach. Ich will Ihnen nichts tun. Die Einsatzregeln sollten Sie selbst bestimmen. Ich bin drin. Ich will Ihnen nichts tun. Aber ich werde es tun, wenn Sie mir keine Wahl lassen. Keine Chance. Die Sache endet hier. Habe ich Sie etwa nach Ihrer Meinung gefragt? Wir gehen jetzt!